Scheiße, ne, dass man erst ab Level 6 einen Känguru-Stall kaufen kann, ne? Ahaha, Fail, ähm, ja. Das war eine Ziege. Känguru-Stall? Ich blick hier noch nicht ganz durch, aber ihr werdet es mir verzeihen, oder? Ah, hier, ähm, Heu braucht man, ne? 100 Heu? Wollen wir uns die? Nein, wir wollen keine 100 Heu. Wie viele wollte die? Ach, machen wir jetzt einfach mal 40. So, ja, möchte ich jetzt kaufen. Ähm, Moorrüben hatten, äh, wollte die irgendwie, man, 20, ja. Ne, na, 30. What the fuck? Ah, ich wollte gerade sagen. Und warum geht denn das jetzt nicht? Ja, dann machen wir sie eben so, wenn es so nicht geht. Ja, die möchte ich kaufen. Ähm, dann wollte sie noch, ähm, Moment, Moment, Moment. Ja, doch, das war's. Ja, Kängurus wollte sie noch, ne? Ah, ich glaube, man kann hier gar nichts mehr verkaufen. Oh Gott. Ähm, 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 okay, okay, okay. So, gehen wir erstmal hier hin. Ah, verdammt. Ja, oh, hier ist ja alles schon gewachsen. Schön. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ihr müsst eigentlich auch gleich fertig sein. Und unser Baum. Ja, 12 Stunden geht, Freunde. Fertig. Fertig. Okay, noch eine Minute. Okay, noch drei Minuten. So, was wollte die Gute hier? Ähm, ja, wie gesagt, die drei. Ähm, die wollte, ja, die drei Kängurus, die wir noch nicht haben. Ähm, gucken wir mal hier. Vielleicht ist das hier mitverkaufen. Ah, ja, doch, hier. Hier war's. Ah, ja, okay, 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 okay. Ist ja in Ordnung. Ja, und zwar. Ähm. Na, ne. Hm, hä? Moment, Moment, Moment. Ähm, ja, wir haben jetzt hier, warte mal. 11 Karotten, ne, Weizen können wir anbieten. Auf dem Markt. Ähm, Rundanzahl. Ähm, machen wir mal 11 hier. Ähm. Hallo? Okay, machen wir mal, ähm, so. Wir wollen ja auch ein bisschen hier was gewinnen, ne? Ja, 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 ist schon klar. Ähm, zurück. Gut. Da, ähm, ähm, können wir hier noch, ähm, 13 Euro, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Moment. Hoi. 13, ne? Ich denke, das ist ein gerechtfertigter Preis. Okay. So. Ne? Ja. Ups, jetzt. Ah, oh, verdammt. 25 TG. Wie viele haben wir? Ne, lieber nicht, ne? Ja, ich hab grad ein bisschen gefailt. Sorry. Ähm, jetzt hab ich noch unseren einzigen Auftrag gelöscht. Oh Mann, hab ich's drauf. Ähm, ja, das passiert in der Eifer des Gefechts. Naja, wir spielen das Spiel eigentlich auch blind, ne? Soll vorkommen. Packen wir noch ein bisschen Wasser hier überall drauf. Und die Playlist passt grad überhaupt nicht, find ich. Die ist von Minecraft. So, dünn, haben wir genug dünner. Ja, 99. Dann machen wir auf die großen Felder, dann lohnt sich's wenigstens. Okay. Wasser wollen wir mal füllen, ne? Okay. Gucken wir mal kurz, was der Dünger kostet. Da, da, da. Und das ist grad so langsam. Hallo, läd's bitte mal. Ich weiß nicht, was hier das Problem ist. Ähm. Hallo? Ah, jetzt. Äh. Ach, nee, das kannst du... Ah, ja. Stimmt. Hier ist ja der Mist. Kann man den eigentlich auch kaufen? Nee, ne? Ja, ich würd sagen, wir haben ja hier ein bisschen Geld. Ich würd sagen, kaufen wir mal noch hier ein paar Hühnerställe, ne? Oh, Mann, ey, das ist doch verflixt, das ist... Ey. Gelb? Was ist denn gelb? 1400? Da, hallo, geht's noch? Na ja, klar kaufe ich das, ne? Ähm, Tiere. Auswählen. Oh, was hört sich denn? Ah, hier kann man das also... Aha, 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 aha. Super-Futter haben wir einmal. Das lohnt sich nicht. Ich würd auch nicht sagen, dass wir das jetzt gleich ausgeben, ne? Klatsch mal hier mal Heu drauf, ne? Gleich mal Wasser und ein bisschen Dünger. Fünf Minuten. Ähm, ja, die Playlist passt grad irgendwie nicht. Ich... Ich werd' die mal kurz ändern. Ja, jetzt hab' ich sie geändert. Und jetzt sind ein paar besinnliche Videos... Äh, Videos, sag' ich schon, auch mal in Folge-Fade. Ähm, ein paar besinnliche Musiktitel drin. Futtermittel. Glühwürmchen-Futter. Oh, sehr cool, auswählen. Ach, machen wir mal hier ein paar, ne? Zähne. Mischen wir mal an, ne? Okay. Ah, hier ist wieder was fertig. Na, okay. Ähm, 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 was pflanzen wir hier? Na, Heu. So, Wotter. Na, na. Ähm, ähm, ich würd' sagen, wir gucken mal hier auf den Markt. Unsere angebotenen... Dinger hier. Pflanzen, Tiere, Zucht, hä? Haben wir schon wieder alles verkauft, oder wie? Ähm, das... Hä? Okay, 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 okay. Kängurus, ja, cool. Anzahl, was kosten die? Zwei, ich... Ah, na, gut, ich... Äh, verdammt. Ähm, weiter. Bietet jemand drei? Ja, gut, das hätten wir eigentlich erledigen können, aber... Wollen wir jetzt einfach mal ein paar Kunden rufen? Ist ja eigentlich auch egal. So, jetzt haben wir wahrscheinlich noch vier, aber das ist mir jetzt auch egal. Weizen brauchen wir, okay. Gut. Das wird jetzt erst mal nicht kommen. Dann düng ich eben die großen Felder. Die sind alle gedüngt, verdammt. Mann, jetzt wollte ich... Na gut, dann warten wir eben noch die zwei Minuten. Ja, derzeit quatschen wir ein bisschen. Ja, was fällt mir grad ein? Ähm, ja, Schule. Ja, Schule war heute sehr cool in der Schule. Heute ist... Don... Ja, Donnerstag ist heute. Ha, Gamer, ne? Sitze die Stunden an vom PC. Weiß gar nicht, was für Tag ist. Nee, nee, jetzt mal ernsthaft. Ähm... Ja, heute... Hatten wir... Statt... Sagen und Schreiber... Ähm, Moment, ich guck hier grad mal nebenbei auf den Stundenplan. Statt neun Stunden, die bis 15.50 Uhr gegangen wären, hatten wir heute nur... Moment, ich zähl mal kurz nach. Ähm... Sieben Stunden. Und zwar bis 13.10 Uhr. Das war eigentlich relativ cool. Wir hatten heute hitzefrei. Und keiner hat das vorher gewusst. Es hieß dann so...